So, Blutschild ist aktiviert. Ich werde mein Blutgeschoss aktivieren. Und dann gehen wir runter und damit Hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge von Vampire, dem aus Geräte-Platt-Lines. Wir sind doch am Schweine anwesend, haben noch in der letzten Folge den Tratsch noch geholt, dass wir bei der einen noch ein bisschen Erfahrung bekommen, ein paar Erfahrungsbote, ein bisschen Geld. Damit hat er auch noch gegangen, sie hat uns den ganzen Weg begleitet, sodass wir, das heißt, den größten Teil, dass wir gegen die Zombies größer als gleich kämpfen mussten, weil wir die Fallen umgehen konnten. Und ja, jetzt sind wir unten besser gefahren. Kindred, eure Präsent hier violiert das Agreement zwischen unseren Liedern. Lass uns jetzt oder face the consequences of your actions. Das sind natürlich die beiden Agenten, die ja schließlich von Miang Shao geschickt wurden. Lass uns über dieses Problem reden, worin es auch bestehen möge. Es ist eine Allianz zwischen deinem Liedern LaCroix und Frau Ming Zhao. Sie verabschiedet das Agreement. Wenn Sie nicht verlassen, sind wir nicht für Ihre Tod. Ich schulde mir einen Pressesprecher. Ich werde aber bis ich keine Ahnung, welchen Ruf ich schon genieße. Schwachsinn, es gibt keine Übereinkunft. Keine Angst, niemand macht Sie verantwortlich. Ich sage es Ihnen schon. Geil, geil. Geil! Oh, Wое. Oh, Wae. Oh, Wae. Oh, Wae. Ja. Ah! Oh. Oh, Wae. Oh, Wae. Oh, Wae. Oh. Oh, Wae. Oh, Wae. Die Waffe ist ja eh nicht so lebt, was soll es gegen die jetzt? Doch, so gut. Das Gespräch geht mal schnell, wo ich spreche. Der, wir gehen. The time for decisions has passed. We Chang brothers accept your life graciously. Hey! Hey, hey, hey! Ich bin gerade ein, ich habe noch gar nicht meine Klabotte wieder angezogen, sehe ich gerade. Das ist sowieso, nehme ich so viel Schaden. Das habe ich ja wegen den Schlussknacken gebaut. Oh! Na gut, ich muss erst mal meine Sachen gleich anziehen, sonst bringt mir das überhaupt nichts. So. Gleich abspeichern. Wir haben eigentlich Blut geschossen und dann Blut selber, das ist ein bisschen besser. Aber ich habe ja mehrere Ziele angreifen können, so. Jetzt springen wir nochmal schnell, das ist gequatscht da unten. Warum? Ja, die Armbrüste ist scheiße. Gegen die. Ich muss noch ein bisschen auf beide. Die Vögel da sind, damit ich das machen kann. Mit dem Blut selber, dass das was bringt. Jetzt zählt das noch nicht, weil die komische Kraft genutzt haben. Und der ist gleich hinüber. Oh, der muss jetzt durchsende eine. Auf knappe Sprecher? Die Waffe ist eigentlich schon ganz gut rein hier. Das Geschoss machen jetzt brauche ich hier nur ein Geschoss nur noch. Ja und die Fisting ist auch scheiße hier. Noch Leute. Ah ich vergiss immer dass der als dieses Gewacke macht bevor der angreift. Dass er dann höchst siegbar ist in der Zeit. Wo ist er hin? Da kannst du ruhig misswunden umso mehr heile ich mich in der Zeit. Noch lauten. Noch lauten. Ja das ist ein extra was ich auf dem Viecher habe wo ich hier dieses komische Ding habe was bisschen Blut für der Regenerierter Zeit was gelagert ist und gespaltet ist. Ja das ist auch trotzdem ziemlich stark der Typ. Vielleicht muss ich mich doch einmal heilen. Einmal muss ich wahrscheinlich noch mal heilen. Ich hab gedacht ich bleib mal einmal stehen damit dann das Blut zurückkehren können aber ich hab fast kein Leben mehr. Einmal muss ich mich mal heilen. So. 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 Showboy. So. So. So ich habe schwateur Haben der Textp alongosten das. Das war's. Ich seh den Sack eigentlich alleine da hochgeschleppt hat, vorgehe ich mich aber trotzdem. Na ja, vielleicht ist er ja auch super stark als Vampir. So, das war, da war ich auch offline mal hier gewesen, aber ich weiß, ob ich hier gehen kann einfach. Sieht aber so aus. Ich speichere mal ab und ich würd erst mal sagen, ich geh noch schnell in das Anwesen von... Ach doch, ich darf doch gehen. Von Hannah, da würd ich sagen, dass ich... Ja, dann sage bitte, geh. Geh! Denn wie gesagt, wenn ich das dann nicht mache, ist es dann leider so, dass sie dann stirbt. Weil danach war dann gleich die Mission gewesen, die dann das mehr oder weniger einleitet, dass dann... ...muss sie nicht weitergehen, wo du deine Folge-Missionsglieder nicht ablegen kannst, wo du nicht zwischendurch... ...ohon das hingehen kannst. Wenn man sie bis dahin heilt sie nicht, naja, weggeschickt hat, ist sie halt dann tot. Das möchte ich nicht. Ach, können wir mal in den Club gehen können wir ein bisschen Geld holen, also da brauche ich noch ein bisschen Blut. Okay, Baby, we need company. 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 Also viel wird wahrscheinlich bei dem Spiel jetzt eigentlich mal kommen, weil... ...wenn wir auf dem Prinzip alle Gebiete, die es gibt, gesehen, jetzt so die ganz großen Gebiete. Also, naja. So, naja. Da bist du. Ich war zu Beginn, zu denken, du hättest mich. Nein, 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 nein. Ich hätte dich noch nicht abgeschrieben. So lange ist das hier denn nur noch weniger als halbe Blutvorrat der Frau jetzt. Und Schluss. Naja, man hat mich froh, dass ich nicht ganz voll ob was geht, schön. Money, right? Been a while. Your money's been piling up. Here, that should provide for an interesting evening. 625 Dollar sind nicht schlecht. So, dann... ...können wir wieder gehen. Guten Abend, guten Abend. Nach dem Sauter waren wir auch gewesen. Und ein bisschen Blut könnten wir trotzdem noch gebrauchen. Na, es läuft zu viel, zu viel quasi niemand durch diese dunklen Gassen. Schade. Einen Hitler vom Lotharus hätte ich gesaut. Hätte ich mal schnell jemanden ausgesaut. Oder wo? Ne. Immer nicht. Das sind immer nur die beiden, die so zusammenhängen. Na, gehen wir mal rein. Also, wenn ich gleich mal nachsehe, dass ich neue E-Mails bekommen habe. Ist hier was Neues drin? Nö. Also, als ich mich angeschaut, was uns gerne geschickt hat als Bild. Auch zwei neue E-Mails. Siebte Königin. Vorsicht von der schwarzen Königin. Von deinem Freund. Meinst du wahrscheinlich mehr? Schau. Mose da, Mose die Acht. Ach, mein Resuvius. Offenartes ein paar schöne Nächte. Gewaß heute Nacht in meinen Gedanken und es war inspirierend. Ich habe das hier für dich geschrieben. Sanft hat keiner Tod nicht lieben. Tod ist in jedes Herz gebrochen. Küsse. Auf meinem kalten Körper die Liebe erblüht. Na, gefällt es dir, Vivi? Ja, es gefällt mir sehr gut. Abspeichern? Oh, hier, da fällt die Poste bald raus bei ihr, wenn sie es so vorbeugen. Ich bin so glücklich, dass du zurück bist. Ich habe wartet, um... Ach nee, Hessa heißt sie. Hessa, langsam wird es gefährlich. Um deiner selbst zu wählen, muss ich dich bitten, mich jetzt zu verlassen. Aber ich... Das ist meine letzte Bitte an dich. Tu, was ich sage. Lebe ein langes, glückliches Leben für mich. Du meinst nicht! Bitte bleiben weg. Das habe ich auch so... Wenn ich das mal selbst so mal gespielt habe, habe ich nie gemacht und dann hat das mit mir ruckstorben. Und das will ich mal testen, ob sie dann wirklich da gerettet ist. Weil ich mir gelesen habe, bevor du diese eine Mission dann kommst, wenn ich jetzt... mit den Sprechworte, welchen Zuckerfuck habe, stellt er dann zu einer Mission, die deine Völkermission hat. Und ja, sie dann einig stirbt, weil sie dann geführt. Und das will ich jetzt umgehen, indem ich sie jetzt schon wegschicke, damit ich sage, nein, bitte gehe und... naja... Lebe wohl! Ich werde weg. Okay? Aber wenn du deine Meinung veränderst... Ich sage die drei. Das werde ich nicht, sage ich nicht. Einfach schönes, super. Ich sage die drei. Dann würde ich dich finden. Das verspreche ich. Sure. Alright. Oh, ähm... Ich sage, ich finde es schade, dass man es erstmal wegschicken muss, weil ich hätte sie schon gerne noch hier gehabt, aber... Wie gesagt, sie würde sonst sterben und das möchte ich... nicht. Deswegen habe ich den Herzen lieber jetzt weggeschickt. Und das ist dann halt zwar schade, aber immer noch besser. Ich habe sie weggeschickt und sie ist erstmal traurig. Aber sie ist halt im Leben und... naja, ist gerettet. Was bringt das, wenn sie dann tot ist? Also halt schon schade, wenn sie dann gestorben ist, dann... Deswegen lieber so, dass ich sie... freigelassen habe, sage ich mal. Und sie kann ihr Leben leben. Nicht mehr als cool da oben. Und Schluss. So. Jetzt bin ich wieder aufgefüllt. Guten Abend. Dann halt nicht. Hey. Ah, jetzt kann ich. Bin ich auch so gut mit. Ich fühle mich das Wagen, weil ich bin gerade knapp bei Kasse. Aber ich hätte schon Lust auf dich. Okay, gehen wir. Aber ich brauche dich jetzt im Wind nicht. Kannst ruhig mit dir hochkommen. Vielleicht will der Prinz dich auf. Oder der Sheriff. Oder Beckett. Hast drei Minuten zur Auswahl. Oder vielleicht auch Schock. Ja, ihn ja. Den kannst du annehmen. Ja, du gehst gleich auf und sehen, Herr Lacroix. Kamera 31. Nichts. Kamera 32. Nichts. Kamera 33. Office-Fling. Kamera 34. Nichts. Ach, Schock. Ach, nicht Schock. Das heißt Schock. Nee, Schock heißt ja nicht Schock. Oh, Berufig ist auch. Oh, Berufig. So, das ist also der Sorge. Fuck. Muss ich hier reinschieben? Hier fehlt noch was. Oder? Wenigst Einbuchtungen. Was sagst du, Beckett? Nichts. Also, was auch nie wirst du sagen. Redest du nicht mit mir? Beckett. Naja, aber wenigstens am wenigstens nicht. Du redest auch. Nie, was? Naja. Ich hab doch etwas Neues. Sie haben jetzt auch gefangen, meine Weserschweine gefunden, so dass Hindernis auf ihrem Rückweg zum Prinz beseitigen. Schön. Sie haben beide Okkugeln Gegenstände für Piescher geholt. Sie sollten sie hier bringen und ihren Lohn in den Fang nehmen. Ah, verdammt, das muss ich auch noch machen. Ich glaube, wenn ich jetzt auch bei ihr, also bei den beiden hier, diesen Auftrag jetzt zu Ende war, ich bin mir nicht sehr gelaut, aber auch dann voll gemessen, wo ich dann mehr oder weniger dann gleich hingeworfen werde. Daher, Piescher ist ja nicht weit weg, ist er gleich hier. Ich will noch schnell dieses Buch abgehen, dass ich dann diese Aufgabe geschlossen habe. Äh, wo ging's herein? Hier. Kann ich nicht das schnell abschließen und dann können wir immer noch hingehen zu den beiden? Ja, stimmt ja. Mehr Aufgabe haben wir dann noch gar nicht mehr. Das ist das, was König Maus will ich aber eigentlich nicht. Aber das hoffen wir auch. Das haben wir dann auch beschlossen, das auch. Genau, das haben wir auch. Ja. Was ist denn? Ja. Hier ist das Buch, nach dem du gesucht hast. Sie waren ein bisschen abgelenkt, also bin ich unter Ihrem Radar hindurch verschlüpft. Es dauert ein bisschen Zeit, um die Geheimnisse zu erlösen und die Geheimnisse zu erlösen. Ich muss weiter aus der Stadt zu erlösen, um irgendwelche Geheimnisse zu suchen. Geh das. Das wird die Terme, die wir zu erlangen haben. Und ich denke, es ist eine gute Kompensation. Es ist die Schlüssel von Alamut. Es instillt Drede in die, die dich verhindern würden, und es macht es schwerer, für sie dich zu erlösen. Mach keinen Fehler. Unsere Behandlungen machen uns nicht alle. Wenn wir uns wieder wieder treffen, fragst mich nicht für die Beispiele. Ich gebe dir das letzte Geheimnis, aber. Lass diese Stadt. Diese sind seine letzten Nights. Die Diskussion ist schwer. Ich habe das schon früher. Was soll das heißen? Im November 1938 habe ich die Dokumente in Leipzig, Deutschland, geschrieben von einem necromancer-Kromancer. Da habe ich auch eine Gefühl des schaffenden Chaos gefühlt. Nachher war die Kristallnacht. Die Wellspring eines neuen Weltkrieges. Oh. Ein Dokument in Leipzig übersetzt. Die reichste Kristallnacht. Also mit dem... Chaos. Jetzt stört ein neuer Weltkrieg. Ich verstehe, ich werde das mit in Betracht ziehen. Auf Wiedersehen. Jetzt habe ich die schwere okkulten Gegenstände gebracht und selbst eine bekommen. So, was habe ich jetzt bekommen? Schlüssel von Allermut. Diese Stäbe werden jahrtausende lang vom Clan der Assamiten verwendet. Es gibt nur noch wenige. Der Schlüssel von Allermut macht seine Besitzer außerordentlich zäh. Ihre Absorptionsrate steigt um eins. Aha. Ach, die meine wahrscheinlich hier das. Na gut, ich bin halt ein bisschen widerstandsfähiger. Und halte halt ein bisschen mehr aus. Ich bekomme wahrscheinlich ein bisschen weniger Schaden. Ich sag, das ist ja nicht schlecht. Hä? Inventar voll? Hä? Wie Inventar voll? Ich hab doch jetzt hab nichts eingezimmelt. Verstehe ich jetzt nicht. Hm. Ach, wer weiß. So, jetzt gehen wir aber wirklich zum Prinzen. Zu unserer kleinen Prinzenrolle. Mit seinem großen, starken Schammer. Da scheint es eigentlich dieses Haus, die irgendwie... Grunde dort irgendwie... Wichtig war für irgendetwas. Na ja, aber ist uns schade irgendwie. Weil es sieht so üppelt aus, wie diesen Eingang, diesen Gargoyles, aber... Hä? Weil das Haus vielleicht mal ursprünglich auch einen Sinn haben soll, dass man das betreten sollte. Weiß nicht. Wie gesagt, es ist halt schade, dass es halt viele Sachen gibt, die halt... naja... quasi ungenutzt sind. Ja, du gehst direkt auf. Ja, ha, ha. All diese Monitoren... und nicht einer von ihnen kriegt Chips. Heh. Das ist eigentlich mal Petern hier. Ach, so ein großes Büro. Und es ist eigentlich fast nichts im Büro, was hier steht. Eine kleine Sitzecke mit einem Feuerchen und ein paar Bilder. Ein Tisch mit Stuhl. Mit einer Schere. Oder einem Messer. Und das war's. Ja, bitte wenn es um den Halt wertvoll ist. Ja, bitte wenn es im Inhalt wertvoll ist, da sind wir ja noch gar nicht. Ja, bitte wenn es einen Inhalt wertvoll ist. Das habe ich mir einen Teil davon verdient. Aber vorher brauche ich noch eine Antwort von Ihnen. Haben Sie ein Bündnis mit den Queerchen geschlossen? Was haben mir die Agenten der Queerchen erzählen, die den Sargefahr gestillen wollten? Ich glaube Ihnen nicht. Oh, Sie sind auch gar nicht mehr. Doch jetzt. Also die Frage jetzt. Ich meine, ich glaube ihm sowieso nicht. Davon kann man sehen, dass ich den Typ sowieso nicht traue. Aber ich will das halt ihm nicht so direkt sagen. Ich glaube ihm nicht. Weil ich will ja, sage ich mal, an seinen Rocks-Zipfel sein, damit ich so tools habe ich ihm glaube. Aber wirklich glauben an tools fällt, wie gesagt nicht. Ach, ich sage, ich bin mal ein Arschkriecher. Ich sage, ich glaube Ihnen. Lassen Sie uns den Sackfack öffnen. 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 Was haben Sie so far? Lassen Sie uns den Sackfack öffnen. 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 Das wäre ja gleich treibisch auf einmal. Wie öffnen wir ihn nun? Hm. Fortunately for us, I know of someone who has distinguished himself in this field. Ich habe den Typen gemischt. Was im Geschichtsfernsehen mit dem Kokosnusshelm, mit dem macht das Lernen richtig Spaß. Ich sage mal, den Eins wie ihn. His name is Dr. Anders Johansson. A Professor of Archeology from Norway. He was the one responsible for finding the sarcophagus. And as far as I know, the only authority on its origin and design. Until yesterday, he could have been found in his suite at the Empire Hotel downtown. But when I stopped by earlier this evening, all I found was spilt coffee on a morning paper. Appears he's been abducted. Von wem? Und noch verdammt nochmal. Warum ist das so schwierig? Dann sagen sie mir, dass er wegen Notizen oder eine Statistik oder so zurückgelassen hat. Sagen wir dir eins. Von wem? I detected the scent of myrrh incense, which is usually burned in monasteries. Also I found beach sand in part of a muddy footprint. Putting two and two together, I located a monastery near a beach in Malibu, where I believe hunters are holding Johansson captive. Das haben die Alice nur durch schniffeln in sein Zimmer herausgefunden. Was? Wie sind sie? Was machen wir jetzt? Wir wissen, wie er das gemacht hat. Sag mal die zwei. Was? Wie sind sie? Actually, there were two hunters on the roof of the building opposite the hotel, who were positively delighted to tell me everything they knew. Provided I stopped dangling them head first over the side. Ah. Was müssen wir tun, um zurückzubringen? Die Jäger haben diesen Kerl, was können die Jäger auf einen Icherlobe holen? Ich sag mal die eins. Was müssen wir tun, um ihn zurückzubringen? The hunters abducted Dr. Johansson for his own protection. Or at least that's how they've justified it. He's being held by the Society of Leopold and used quite ingeniously as bait for Prince LaCroix's minions. Die Leopoldsgesel haben wir ja schon gesehen, als wir dem Anwesen von Dr. Kraut waren. Also dieser Malcavianer-Ost-Typ. Aber Sebastian mentioned you ran into one of the hunters from the Society of Leopold some time ago. They're so secret a church organization. I don't even think they know if they exist. But essentially they're murderers for Christ or some such deity. Und wie holen wir ihn da raus? You'll have to go to the monastery and find a way into the tunnels beneath, where the hunters are holding Johansson. I'm afraid I can't accompany you. But then it's best you go alone. Too many of us might set them off. Like Fundamentalists on contrary opinion. I wouldn't recommend walking. Certainly Sebastian's already provided cab fare. I'm sure he always spares no expense when archaeology is at stake. Ich habe noch ein paar Fragen bevor ich gehe. Excellent. Können Sie mir sonst noch etwas über die Leopolds-Gesellschaft sagen? The Society, for the most part, knows very little about us. But they do know how to kill and torture us. And that's enough. Also, some of them exhibit powers that can make them quite formidable. Best not to announce yourself. Well, if we open it up and the world ends, then yes. If we open it up and the world does not end, then no. I'd wager the latter. How any sane kindred could think these poor unfortunates are an immediate threat to us is absurd. Most were afraid, or at the very least uneasy around me. Tragic. Their desperation could very well hold the spark of revolution, however. Erzähle mir, was erzählen Sie mir von sich? Hmm. I've said quite a lot about myself already. I know even less about you than you do me. Why don't you tell me about yourself? Then I'll let you in on a little secret. Beckett may not be the name I was born with. Events always seem to unfold wherever I go. Like Chicago a few years ago. Oh, it's a bother to explain. Either I'm pursuing fate, or it's got a bone to pick with me. Unless you've got further questions, I'd really like to get back to looking at the sarcophagus. It's a good answer because of the question. I'd have another question. Excellent. Hmm, a weird question. I'm not afraid of it anymore. I'm ready to be free. Remember, Dr. Johansson is an innocent. He has no idea we actually exist. Try not to put the idea in his head. Okay. Did you find a way to open the sarcophagus? Den Sarcophag zurückzubekommen hat eine Menge Geld verschlungen. I can't have my protege looking plebeian, can I? You'll find I can be very generous towards those who serve me well. Hatte ich erwähnt, dass ich durch die Kanalisation warten musste nach Sharnatal und einen Zimäischer bekämpfen. Point made. Prinzip bekämpfen. Sie haben dabei es investiert, es ist Zeit für die Auszahlung. Danke für deine Frage. Which is? Ein bisschen genervt. Was wissen Sie über die Kuaijin? Traditionally, the Kuaijin has stayed in Asian territory and the kindred Europe and later North America. But recently, they invaded the West Coast, killing off a substantial number of Anarchs. They lack the organisation of the Camarilla and think nothing of breaking the Masquerade. Though we share similar traits, there is no fraternity between us. We embrace. They rise from the grave. They do not know the pleasure of blood. They are without clan. And oh yes, they believe our kind to be inferior. They are as much of a threat as the Wolves. Werewolves. I can still recall a time when cities were surrounded by miles of forests full of the beasts. But progress has taken care of that problem. Which is? If you didn't take the time to ask, perhaps we'd know by now. As I mentioned before, my concern is that it pertains something supernatural. Beckett has waived this theory altogether. The city is alight with dread. Perhaps it's an antediluvian. A joke. The antediluvians are the mythical progenitors of each of the clans for whom they trace their bloodlines. and according to mythology, descendants of Cain, the legendary first vampire. Cain? As in the biblical Cain and Abel? Before you put too much stock in it, realize that the church and all of its mythos are blends of kindred and mortal meddling. Whips to regulate weak minds. This is all Beckett's field of expertise. If you want a lesson, merely ask him. There's a question which is... Yeah, not. That's good. That's a bit of a nerve. That's good, Beckett. I wouldn't recommend walking, sir. Well, can I just show you another photo? X! No, not. Remember, Doc? Yeah, yeah, yeah. Good. They probably nerve both now. All right. Shucky. I forgot the name again. I say Shuck. Even if it wasn't Shucky I think... Shucky, Shuck, Shungi, Klungi, or something. Ich weiß es nicht mehr. Beckett will, dass sie Professor Johansson finden, der von den Liegepols gestellt hat festgehalten wird. Sie müssen irgendwie dorthin gelangen und ihn finden. Sie haben den Sager Phunk und angeraten den Prinzen gebracht. Aber ich würde sagen, an der Stelle werde ich jetzt aber auch die Folge binden und werde offline da nochmal ein bisschen umherreisen. also nochmal zum Erkuri mal sie vielleicht neue Waffen für mich hat und generell mal sie neue Waffen kaufen können. Dann möchte ich auch nochmal zu den Nussverrado gehen in Hollywood weil sie da irgendwas Neues bekommen und ja noch ein bisschen offline ein bisschen dann die Gegner wie gesagt passiert ob es etwas Neues gibt bei den Händlern oder wochen mir alle was Neues sagt und vielleicht der Primären-Chef vielleicht etwas Neues das sagt für mich. Und ja und das wird es von der Stelle seiner nächsten Folge werden dann sehr wahrscheinlich dann diesen Professor dann befreien. Also vergesst nicht zu den Like und zu abonnieren wenn ihr gerne mehr so wollt oder andere Videos und in der nächsten Folge werden wie gesagt in das Kloster gehen. Also macht's gut bis dann Tschüss